Hallo, ich bin der Jarosch David. Ich würde mich gerne kurz vorstellen. Ich bin 24 Jahre alt und habe seitdem, dass ich 16 bin, Mobus Crohn. Ich habe so ziemlich äußerst schon an Medikamenten, wo es die Pharmaindustrie hergibt, sprich Stellara, Azathioprine, Entivio, Infleximab, die ganzen gängigen Medikamente, wo ich bei Mobus Crohn helfe. Ich bin aber nicht auf einen grünen Zweig gekommen, wiegt es momentan 67 kg auf 1,80 kg und Cortison schlägt ziemlich an, wie man sieht. Ich habe mich jetzt natürlich durch Alternativen umgeschaut und bin dadurch auf den Christ gekommen, mit dem wo ich das ganze Projekt Remission 2022 starten möchte. Chris ist Ernährungsberater und hat selber auch mal rausgehauen und der hat gesagt, der hilft mir da, dass ich da Medikament und Beschwerden frei werde. Wir starten das ganze jetzt im April. Ja, seid gespannt, wo es darauf zukommt. Ich halte den Tag mal auf dem Laufenden. Ich werde das ganze nebenbei mal ein wenig so mitfilmen, wo es meine körperlichen Veränderungen haben und meine kopftechnischen. Ja, ich bin brutal motiviert dazu, schreibe zu aktuellen Ernährungsprotokoll und nächste Woche geht es los im Kick-off Gespräch. Ich bin vollstens motiviert. Hey, ich dachte, ich gebe euch mal ein kleines Feedback, nachdem ich ja die Ernährungsberatung mit Chris gestartet habe und jetzt sind so circa 14 Tage vergangen und ich muss sagen, es ist Wahnsinn. Ich habe fast gar keine Beschwerden mehr. Also ich habe geregelten Stuhlgang, ich habe festen Stuhlgang, ich habe keine bis gar keine Bauchschmerzen. Mein Verdauungstrakt fängt so langsam wieder an zu funktionieren. Man sieht auch, der Ausschlag von Cortison hat sich auch schon sehr gut zurückgebildet. Ich traue mich wieder mehr raus. Es ist wirklich Wahnsinn, was das gebracht hat. Wir haben angefangen, dass wir mein Frühstück umgestellt haben mit 1, 2, 3, 4 wissenswerten Sachen, was mein Körper ja doch so braucht und was nicht und was gut ist und was nicht. Danach ging es weiter mit dem Mittagessen und ich bin gespannt. Ich habe die Tage wieder ein Meeting mit Chris. Ich bin vollstens zufrieden bis jetzt. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es mir geht. Ja, wie gesagt, verfolgt mich weiter und den Erfolg von mir und Chris und überzeugt euch selbst davon, wie viel wir aus unserem Körper machen, wenn wir die Ernährung umstellen. Hi, Servus. Ich melde mich nochmal bei euch. Einfach so, um noch einmal den ganzen Verlauf, den ich mit Chris über meine Krankheit hatte, euch noch einmal zu repräsentieren und zu widerspiegeln. Wie ihr seht, ist meine Haut mittlerweile so gut wie komplett verheilt, bis auf ein, zwei Stellen, worüber ich sehr glücklich bin, was mir auch wieder sehr viel mehr Selbstvertrauen gibt. Und ich bereue weiterhin keinen einzigen Schritt, den ich mit Christoph Rollner zusammen gegen meinen Morbus Crohn gegangen bin. Er hat mir so viel geholfen, was wirklich noch keiner der Ärzte schafft. Ich habe jetzt endlich wieder Lust, mich mit Leuten zu treffen. Ich fühle mich selbstbewusster, da es mir einfach besser geht gesundheitlich, dass ich nicht mehr so schlimm aussehe, dass ich nicht mehr kontrolliert werde von dieser Krankheit und von den ganzen Medikamenten. Es ist wirklich ein unglaublich geiles Gefühl. Mittlerweile bin ich jetzt umgezogen in eine andere Wohnung und werde aber weiterhin mit Chris in Kontakt bleiben. Jetzt kann ich endlich das Thema Fitness voll angreifen, da ich gesundheitlich mittlerweile seit sechs Wochen ohne Cortison bin und keinerlei Veränderungen an meinem Körper merke. Durch die Ernährung hat sich das alles so viel besser stabilisiert. Unglaublich. Also ich kann es euch nur empfehlen, ruft ihn an. Ich glaube, das erste Gespräch ist unverbindlich kostenlos. Hört es euch an. Mich hat es überzeugt von Anfang an. Er ist selber. Einer von uns. Er weiß, wovon er redet und arbeitet. Sehr gewissenhaft. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Also bis dann. Peace!